Hallo, ich bin Martin. Mein Name ist Roland Epp, ich bin hier, um die Gitarren für die Band Klemann zu stimmen. Ich darf bei Klemann trommeln. Ich habe so viel Spaß bei Klemann. Ach, geh mir doch vom Moll. An dem, was gilt. Pläne ohne Seele, funktionsgemäß gedrillt. Gestern der Leine, orientiert an dem, der führt. Die Freiheit, die ich meine, hast du noch nie gespürt. Hast Antwort auf alle Fragen, fragen deine Kinder beste Stellen. Die Idee zu der Band, die wir beide ganz am Anfang aufgegriffen haben, ist mehr oder weniger aus der Laune heraus entstanden, mal was eines Kreatives auf die Beine zu stellen. Und spürst den Schmerz deiner Wunde nicht. Mein Lieblingssong ist Pläne ohne Seele. Du machst Pläne ohne Seele, orientiert an dem, was gilt. Pläne ohne Seele, funktionsgemäß gedrillt. Bist an der Leine, orientiert an dem, der führt. Die Freiheit, die ich meine, hast du noch nie gespürt. All die Leute, die für uns gearbeitet haben, die möglich gemacht haben, dass wir jetzt da sind, wo wir jetzt sind, haben uns dadurch ermöglicht, dass wir an dem Punkt stehen, wo es jetzt losgehen kann, soll, wirken, muss. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das so sein wird und freue mich tierisch drauf. Du machst Pläne ohne Seele, orientiert an dem, was gilt. Pläne ohne Seele, funktionsgemäß gedrillt. Du gehst an der Leine, orientiert an dem, der führt. Die Freiheit, die ich meine, passt nicht in dieses Bild. Ich würde unglaublich gerne mal an einem schönen, relativ lauen 28 Grad Sommerabend in der römischen Arena in Südfrankreich spielen. Musik Haben wir hier mal einen Schraubenzieher, um das Mikro festzumachen? Das hat hier Erkühlungserscheinungen. Fällt ihm mal an. Wow! 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 Brandier! 華est Du diesen Test waren dieses Beispiel für das Mechan overtime. Undkypeine! commissioned einen Weg zu einen paar Wochenende Berg. Ja, rein im sensation효. Das war hier!